Hallo und herzlich willkommen beim Immobilientagebuch. Ja, das Video wird einerseits eine Art Jahresrückblick sein, aber eben auch ein sehr persönliches Video, denn es trägt den Titel Ich habe versagt, aber manchmal ist ein Schritt zurück auch ein Schritt nach vorn. Was sich genau hinter diesem Titel verbirgt, erfahrt ihr nach dem Intro, also seid gespannt. Nochmal herzlich willkommen beim Immobilientagebuch. Mein Name ist Jacqueline Hartmann. Das Video ist jetzt als Jahresabschluss zu verstehen, aber eben auch ein durchaus emotionales Video. Vielleicht erst mal so vorab. Ich mache ja den Immobilienkanal einerseits, um euch eben an meinem Immobilienleben, wenn man es so formulieren möchte, teilhaben lassen möchte. Einerseits eben auch fachlich, aber eben auch so ein bisschen. Ich habe euch ja diverse Häuser auf diesem Kanal schon vorgestellt. Und jetzt möchte ich einfach mal auch die Gelegenheit nutzen, einerseits einen Jahresrückblick euch dann mal zu geben, was ist bei mir so passiert, was ist nicht passiert, aber auch das Video zu nutzen oder den Kanal zu nutzen, um mich auch mal ehrlich zu machen. Denn das Leben besteht ja nicht nur immer aus tollen Nachrichten. Und natürlich versucht man, nicht alles in dem Kanal zu zeigen, weil es gibt gewisse Dinge, die gehören dann auch hier nicht drauf. Aber ich muss auch sagen, ich habe echt richtig lange überlegt, ob ich dazu ein Video mache oder es einfach sein lasse. Ich habe mich aber dann trotzdem entschlossen, schon ein Video darüber zu machen, weil es mir vielleicht auch hilft, da nochmal für mich innerlich damit klar zu kommen. Deswegen halt eben auch, ja, ich habe versagt. Aber rückblickend auch betrachtet, manchmal ist auch der Schritt zurück auch ein Schritt nach vorn. Ich glaube, jetzt habe ich euch genug auf die Folter gespannt. Was meine ich denn jetzt damit? Ich hatte euch ja im letzten Jahr in zwei Videos berichtet, dass ich eine Hausverwaltungsfirma gekauft habe, wo dann jemand im Rahmen einer sogenannten Nachfolgeregelung einen Käufer gesucht hat, der dann sozusagen einerseits die Firma kauft und dann in seine Fußstapfen tritt. Man muss vielleicht dazu aussehen, was war für mich jetzt die Ausgangssituation? Wie sich ja jeder erinnern kann, Anfang letzten Jahres mit Beginn, mit Ausbruch des Ukraine-Krieges und dann eben, ich habe es ja immer als Ukraine-Krise bezeichnet, hat sich ja für viele ganz viel verändert, auch insbesondere auch hier in Deutschland. Ich sage mal Thema Energiekrise und Co. Aber auch dann drehte sich ja dann auch insbesondere der Wind in der Immobilienbranche. Das heißt, wir hatten ja vorher Boom-Jahre gehabt. Es ging immer nach oben und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt überwiegend Immobilien vermittelt. Mit meiner eigenen Firma hatte ich schon bereits einen kleinen, mir Verwaltungsbestand auch aufgebaut. Aber das war halt einfach auch noch zu klein, glaubte ich zu dem damaligen Zeitpunkt und hatte dann eben gesagt, na okay, du musst jetzt was tun und hatte mich dann eben umgeschaut. Es gibt dort eine Business-Plattform, wo dann, ich sage mal, so eine Art Anzeigenbörse, wo man dann, wenn man entweder eine Firma sucht oder dann eben eine Firma verkaufen möchte, dort einstellen kann. Ich glaube, das hatte ich auch in dem einen Video berichtet, Kauf eine Hausverwaltung. Und so bin ich dann eben auf ein Inserat gestoßen. Für mich war halt interessant, das war jemand, der dann in Berlin seine Hausverwaltung kaufen wollte und da ich nicht aus Berlin weg wollte, dachte ich, okay, trittst du mit dem in Kontakt. Denn die Idee war halt eben zu sagen, durch den Zukauf der Verwaltung vergrößerst du dich. Der Gedanke ist erstmal grundsätzlich nicht verkehrt. Und auch heute noch nicht. Also, so ist halt dann nur die Frage, ist dieses Anspruchsdenken mit höher, schneller, weiter für einen selber immer das Richtige? Und für mich rückblickend betrachtet war es, also ich muss es leider sagen, einer meiner geschäftlich größten Fehlentscheidungen der letzten zehn Jahre. Wie gesagt, das ging auch alles erst gut los. Und ich hatte mich darauf eingestellt, dass da eine Riesenaufgabe vor mir steht. Und ich wollte halt auch unbedingt den Deal machen. Und wir sind ja dann eben auch im Sommer 2022, wurde das Ganze notariell dann eben auch beurkundet. Das heißt, so ein Unternehmenskauf wird dann eben auch von einem Notar begleitet. So, dann wurde das besiegelt. Und dann bin ich ja eben auch mit in dieses Büro dort mit rein. Und hatte dann aber immer noch mein eigenes Büro auch in Berlin gehabt. Aber die Idee war halt eben, ich bin mit vor Ort und rutsche dann halt so Stück für Stück mit rein. So, aber ja, was war erst mal das erste Problem? Ich hatte ja nach wie vor auch einen eigenen laufenden Geschäftsbetrieb gehabt. Nämlich meine kleine Immobilienfirma, wo ich Immobilien vermittle und auch bereits schon eben auch verwaltet habe. Und wo ich dann eben auch nicht nur alleine war, sondern eben auch die liebe Bettina, die ja auch bei mir angestellt ist. Ihr habt es ja mal im Hintergrund von allen Videos mal mitgehört. Also dieser Geschäftsbetrieb war am Laufen und erforderte erst mal da schon auch meine volle Aufmerksamkeit. Und ich kann da einfach auch nicht sagen, ich lasse es jetzt einfach mal sein, um mich dann eben auch dem Neuen zu widmen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das hast du ja so gewusst. Ja, hätte man wissen können, aber ehrlich gesagt hatte ich dort auch eine andere Vorstellung, eine eigene Vorstellung gehabt. Und die Frage ist, wer sagt dir denn, was richtig und was falsch ist? Und natürlich gibt es dann immer die Stimmen, die dann sagen, ja, habe ich dir doch gleich gesagt. Ja, aber sorry, wer keine Fehler macht, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, ich glaube, das ist eher so die richtige Ausdrucksweise dafür. Ja, und am Anfang hatte sich das alles auch gut entwickelt. Und also ich hatte mich um meine Firma gekümmert, dann aber auch schon mal versucht, dann auch da mit reinzurutschen. Aber ohne da jetzt ins Detail zu gehen, rückblickend betrachtet war auch die ganze Konstruktion der Übernahme, wie es dann halt aufgebaut war, war einfach für mich einfach nur schlecht. Also schlecht in der Form, das hätte ich nie im Leben wuppen können. Das heißt, ich hätte mich einerseits auf die neue Firma voll konzentrieren müssen, hätte dann aber auch auf der anderen Seite meinen laufenden Geschäftsbetrieb komplett vernachlässigt. Und dann eben meine kleine, bereits bestehende Firma hatte mir so sozusagen eigentlich mein Leben ermöglicht. Und dann eben auch in dieser wirtschaftlich schwierigen Phase, weil, wie gesagt, das Maklergeschäft war erst mal komplett weggebrochen. Es war dann zwar noch mal zum, also es gab ja einen Deal, aber wie gesagt, das war eben über Nacht, hatten sich ja, hat sich das ja komplett verändert. Also, aber dennoch habe ich halt weitergemacht und habe gesagt, Mensch, das packst du, die Verwaltung da gekauft. Unterm Strich hat sich das halt alles komplett anders entwickelt, als ich es eigentlich mir vorgestellt habe, wie ich es erwartet habe. Natürlich sagt man, du, das war ja deine Entscheidung und natürlich liegt es in aller erster Linie an mir, weil ich wollte den Deal haben, habe es gemacht, aber letztendlich gehören natürlich dann eben auch zu solchen Spiels auch immer mehrere Beteiligte, mehrere Umstände. Ja, und dann wurde es eben 2023 und dann war es eben so, dass dann im Sommer dieses Jahres ich dann für mich leider die Reißleine ziehen musste und gesagt habe, du kannst da nicht weitermachen. Und weil, wenn du halt dich jetzt da drauf konzentrierst, wirst du dann eben auf der anderen Seite deine andere Existenz verlieren und weil meine eigene kleine Firma dann eben auch meine volle Aufmerksamkeit erfordert hat. Und dann war es auch so, dass sozusagen, ja, man ist ja im, ich will auch niemandem Unrecht tun, aber ich habe dann halt schon mal so langsam durchklingen lassen, dass das halt schon schwierig ist, das so halt fortzuführen, wie das eigentlich auch angedacht war, wie es eigentlich verabredet war. Am Anfang, muss ich sagen, war dann eben auch mein Verkäufer der Firma auch durchaus offen, was heißt offen, verständnisvoll reagiert und hat gesagt, ja, wenn es halt nicht ist, dann ist es nicht und dann lassen wir uns versuchen, dafür eine Lösung zu finden. Und auch das war halt dann natürlich auch für mich schon nicht einfach, mir dasselbe auch einzugestehen, dass es halt so ist, wie es ist, weil das war dann halt natürlich in Versagen, aber vielleicht war es auch einfach ein Thema, dass ich mir an der Stelle zu viel zugemutet habe, um erst mal für mich dasselbe auch einzugestehen. Das ist ja erst mal auch das innere Thema, es sich selber einzugestehen, um dann letztendlich auch den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, auf meinen Verkäufer zuzugehen, zu sagen, du pass mal auf, das klappt leider nicht so. Er hatte dort, wie gesagt, wiederhole mich, da auch im ersten Moment verständnisvoll reagiert und dann war eben erst mal so das Thema, lass uns eine Lösung finden. Da war ich erst mal erleichtert, habe gedacht, okay, dann, das wird schon irgendwie werden und jedenfalls bin ich dann eben auch aus dem Büro raus, bin dann wieder in mein eigenes Büro, das hatte ich ja dann immer noch auch gehabt. Eigentlich war die Idee gewesen, sozusagen mein eigenes kleines Büro in Berlin aufzugeben und dann eben in das andere Büro zu 100 Prozent mit reinzugehen, weil ich ja das eh dann komplett übernommen hätte. Aber da bin ich dann halt einfach raus aus der ganzen Sache und war dann wieder in meinem eigenen Büro und leider hatte sich das dann eben neben der Selbsterkenntnis, dass ich da versagt hatte, ich hatte, wie gesagt, dann eben versucht, dort eine Lösung in der Form zu finden, dass ich dort eben selber einen Käufer suchte für diese Firma, der dann eben an meine Stelle dann eben tritt, das erwirbt und ich da eben dann auch in dem Moment raus bin, so. Ohne da jetzt zu weit das Ganze auszudehnen und ins Detail zu gehen, möchte ich auch nicht, aber was halt im Nachhinein auch, glaube ich, sorry, wenn ich da jetzt so, aber es ist halt, es ist mir halt immer noch, geht mir sehr nah und ist nicht einfach, das so einfach zu erzählen, aber was halt dann eben auch natürlich ist, auch in solchen, ich nenne es jetzt mal, anspruchsvollen Momenten zeigen sich dann halt eben auch wahre Charaktere eines Menschen und ich muss auch sagen, bis dahin war ich mit meinem Verkäufer, wir haben uns extrem gut verstanden am Anfang und ich will nicht sagen, fast schon ein freundschaftliches Verhältnis, aber wir haben uns gut verstanden, das war ein sehr herzliches Miteinander, aber das hatte sich dann auf einmal komplett verändert, dann war eben dieses herzliche Verhalten das komplette Gegenteil, wo ich dann halt auch wirklich sehr überrascht war, welche Reaktion dann halt auch von seiner Seite auf einmal kam, dann wandelte sich dieses ich habe Verständnis dafür und lasse uns gemeinsam eine Lösung dafür suchen, wandelte sich dann eben in Vorwürfe und eben auch es wurde eben auch eine Drohkulisse aufgebaut und muss ich sagen, das hat mich halt natürlich zusätzlich nochmal auch mir ziemlich zugesetzt an der Stelle, muss auch wirklich sagen, hatte mich dann auch ziemlich weit runtergezogen, es war eben einerseits die menschliche Enttäuschung an der Stelle, aber eben auch hat es für mich einen herben finanziellen Verlust bedeutet, denn das, was ich da bisher gezahlt hatte, war ein sechsstelliger Betrag und muss auch dazu sagen, das war alles, was ich eigentlich hatte, für mich ein Geld und habe es eben in diese Idee, in diese, es war ja eine Investition, um meine Zukunft dann eben weiter voranzutreiben und es war die menschliche Enttäuschung, aber jetzt leider auch der Verlust dieses sechsstelligen Betrages und diese Kombination daraus war, ist halt richtig bitter und auch das Gefühl komplett versagt zu haben, aber auf der anderen Seite hatte ich ja trotzdem noch meine eigene Firma gehabt und auch das, es muss ja irgendwie weitergehen und ich habe auch weitergemacht, auch wenn es mir extrem schwer gefallen ist, ich glaube andere, die hätten sich dann erstmal, weiß ich nicht, krank schreiben lassen, aber ich bin selbstständig, geht bei mir nicht, weil wenn ich nicht da bin, dann funktioniert halt einfach vieles nicht, ich muss wirklich sagen, auch an der Stelle, Bettina unterstützt mich sehr viel und sie macht ihr Ding, aber sie kann natürlich nicht alles machen, weil alles fußt, es ist halt meine Firma, es ist meine Verantwortung und weil ich das halt auch, das hat mich zusätzlich halt auch noch belastet, aber es musste halt einfach weitergehen so und und das heißt halt einfach dann eben versuchen meine Firma am Laufen zu halten, meine kleine und ich muss auch dazu sagen, rückblickend betrachtet, nicht rückblickend betrachtet, auch nach vorn betrachtet, hat sich trotzdem das Ja, zumindest mit meiner kleinen Firma, Koch und Kollegen, hat sich wirklich auch trotzdem das Ganze trotz schwieriger Rahmenbedingungen das Ganze positiv entwickelt, was ist damit gemeint, also meine ich habe jetzt auch nochmal zum Jahreswechsel neue Verwaltungsmandate bekommen, was auch wirklich positiv ist, Empfehlungsgeschäft hat sich eingestellt, wo dann einer angerufen hat, ja, sie wurden mir empfohlen, wir suchen für unser Haus eine neue Hausverwaltung, also das sind natürlich schon mal positive Effekte, wo ich so denke, also kannst das, was du dort machst an Arbeit ja doch nicht ganz so schlecht gewesen sein, auch mittlerweile ist, das hatte ich ja euch auch berichtet, das Maklergeschäft wieder so ein bisschen auch angelaufen, natürlich nicht mehr auf dem Niveau, wie es halt eben vor der Ukraine-Krise war, aber man merkt halt auch daran, meine kleine Firma wieder so Stück für Stück, es geht weiter, es geht auch nach vorn und ich muss auch sagen, ich blicke sehr optimistisch ins neue Jahr und es hat, muss ich wirklich sagen, viel, viel Kraft gekostet einerseits und diese Sache, von der ich euch jetzt berichtet habe, zu verdauen, in jeder Hinsicht emotional, aber auch, muss ich auch wirklich sagen, hat mich natürlich auch finanziell wirklich weit zurückgeworfen, aber trotzdem, was nützt es mir, das da Transverzweifeln, das ändert ja an der Sache nichts und deswegen blicke ich nach vorn und habe halt wirklich auch in dem letzten halben Jahr wirklich halt daran hart gearbeitet, dass es weiter geht einerseits, aber auch weiter nach vorne geht, aber jetzt halt eben nicht mit dem Unterschied mit höher, schneller, weiter, sondern eben Stück für Stück, so, das ist halt auch die Erkenntnis aus dieser ganzen Sache jetzt rückblickend betrachtet, lieber klein, fein, flexibel und dass du es halt auch selber dann, also was heißt gesund wachsen, aber einfach eben Dinge, dass du selber Dinge noch überblickst, dass du Dinge auch selber noch handeln kannst, das ist halt, dass es dir dann nicht über den Kopf wächst, das Ganze und das ist halt auch für mich leider die Erkenntnis aus dieser wirklich enormen Erfahrung, natürlich gibt es Leute, die dir sagen, das habe ich dir alles gesagt, das hättest du alles, aber nochmal, wer will sich anmaßen, also, wenn jeder wüsste und sofort immer für jede Sache im Leben die Lösung parat hätte, wäre diese Person der reiche Mann oder reiche Frau und ich habe es nicht, bin eine Person mit vielen Fehlern und das war halt wirklich einer meiner, also eine absolut geschäftliche größte Fehlentscheidung, ich will nicht sagen die größte Fehlentscheidung, aber es war wirklich richtig bitter jetzt an der Stelle, aber deswegen meinte ich ja eben auch der Schritt zurück ist dann halt auch der Schritt nach vorn, für mich in der Hinsicht, dass ich, habe ich ja, wiederhole mich glaube ich an der Stelle, also ich blicke sehr optimistisch ins neue Jahr und ich wollte euch jetzt einfach mal von dieser Story erzählen und ja, wünsche euch in diesem Sinne alles Gute und einen tollen Start ins neue Jahr, ich habe euch ja schon bereits angekündigt, auch der Kanal soll weiter wachsen, Stück für Stück und an der Stelle bitte abonniert meinen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, drückt das Glöckchen, das heißt, ihr werdet informiert, wenn es ein neues Video auf diesem Kanal gibt, ja, also es wird auch hier auf meinem Kanal wieder neue Videos geben, unterschiedlichste Art, wie gesagt, Lost Plays, fachliche Themen oder mal wie in dem letzten Video so Episoden, wo ich dann euch aus meinem Verwalterleben, das ist so im Großen und Ganzen die Idee, ich bedanke mich fürs Zusehen an der Stelle und wir sehen uns dann nicht nur im nächsten Video, sondern auch im neuen Jahr, lasst es euch gut gehen, kommt gut rein, bis bald, ciao. Outro Outro